Die Osteology Foundation ist eine unabhängige Stiftung, die sich insbesondere auf die orale Geweberegeneration fokussiert. Das heißt, die Foundation hat insbesondere die Mission, Wissenschaft mit Praxis zu verbinden. Hierfür gibt es unterschiedliche Tools. Dazu gehören neben der Forschungsförderung insbesondere das Austragen nationaler Osteology Symposia. Diese Symposia sind insbesondere darauf aus, dem Praktiker evidenzbasierte Behandlungsmethoden und Konzepte zu vermitteln. Zum ersten Mal in der Geschichte der Osteology Symposia in Deutschland gastieren wir in Frankfurt am Main. Am 20. und 21. April 2018 laden wir Sie sehr herzlich in die pulsierende Rhein-Main-Metropole, ins Kap Europa ein und an diesem außerordentlichen Event teilzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017